Die Jungs, seht mal, unser neuer Doktor, der elegante Herr mit der gepflegten Locke. Hallo Doktor, ich bin der Nächsterkunde. Ja. Hallo. Hallo. Äh. Sohn der sieben Väter, wo kann man hier richtig essen? Wie meinen, bitte? Ich meine, wo kann man hier gut einschmeißen? Ah, esse, hier entlang, Doktor. Was rum am Tag? Der Doktor, der Haftel, Haftel. Oh, permanenter Besuch. Das ist unser Doktor. Bitte, Ferg. Guten Tag, Doktor. Bitte nehmen Sie Platz. Wir wünschen der Doktor einen Appellett. Ja, zunächst ein Zitronenwasserschälchen zum Händewaschen. Sehr wohl. Zitronenwasserschälchen an der Schale Zitronenwasser für die Hände für den Herrn Doktor. Rotwein, Doktor. Danke schön. Symbole. Das Schälchen für die Hände. Und jetzt hätte ich gern ein paar Oliven. Oh, die haben wir leider nicht, Doktor, aber wir haben wunderschöne Bohnen. Ja, die sind genauso rund, also nehmen die Bohnen. Sehr wohl. Ein paar Bohnen für den Herrn Doktor. Warum du tun Limonen weh, Momo sehr erregt. Gut gegen Fußräume an. Die Bohnen. Darf ich den Salat abräumen? Und jetzt will ich sofort den zweiten Gang. Sehr wohl. Haben Herr Doktor noch einen Wunsch? Den zweiten Gang. Und was möchten Sie da? Alles, was da ist. Sehr wohl. Der Doktor möchte alles, was aus der Küche noch essbar ist. Wunderbaren Appetit, unser Arzt. Really? Oh Gott. Ich fühle mich jetztique. Das ist ein Plätzchen, was? Mit Empfehlung von Küchenchef. Hat Küchenchef mit eigenen Händen zubereitet. Fliegender Hund für zehn Personen. Wer einmal isst, wird immer essen. Wer ist denn der Chef? Ich nur einfach koche. Ich halte mich raus aus Esspolitik. Mahlzeit. Mahlzeit. Wir können beide teilen wie gute Freunde. Auf gute Freundschaft. Ich halte mich. Obtäntbezies der Handmeyer. Alle Säme. Sehr føjeß. Wow. Ist mir schlecht, wenn das würde Mani zu sehen. Eine sehr gute Vorspeise. Jetzt sollten wir mit dem Hauptgang anfangen. Küchenchef! Hier! Alle Pellen abläumen, schnell! Tempo! Die Tische vom Charifon vom Doktor sauber machen. Oh, ich hab's geschmeckt. Der Befehl sei eröffnet! Der Befehl? Das war's. Musik Ja, ich mag nichts Süßes, noch mal eine Pute. Noch einmal fliegender Hund für Doktor. Manni, du steh mir bei.